Bei der arterialen Verschlusskrankheit handelt es sich um ein Krankheitsbild, bei dem es zur Einengung von Beinarterien kommt. Das Ganze macht sich symptomatisch durch Schmerzen beim Laufen oder aber, wenn es schlimmer wird, durch Schmerzen im Fuß, in Ruhe oder sogar dadurch, dass sich Geschwüre an den Beinen ausbilden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017